Mahlzeit! Ja wir kommen zurück bei Plants vs Zombies. Ja wir haben ja in der letzten Folge haben wir ja hier bei den Minispielen bei Zombotanik ziemlich abgelost deshalb lasse ich das jetzt erstmal aus und vor. Machen wir erstmal im Abenteuer Modus weiter und dann sind wir mal weiter. Man hört es vielleicht ich bin ein bisschen deprimiert aber jetzt die Niederlage liegt mir immer noch ein bisschen in den Knochen aber es hat auch andere Gründe. Normalerweise sollte man ja nicht aufnehmen wenn man ein bisschen wie soll ich sagen ein bisschen down ist aber ich will jetzt ein bisschen auf andere Gedanken kommen und deshalb machen wir mal weiter. Garten von Basti. Stehen sie wieder meine Freunde. Dich nimm mal mit. Dich nimm mal mit. Dich nimm mal mit. Dich nimm mal mit. So das müsste eigentlich reichen. Genau, wenn wir raus고요 Leute hatten. Nimm kurz eins haben? Ja komm. Da sehen wir uns dann. Du kommst schon. der erste kollege ich brauch noch eine sonne na komm, geh komm ruhig sei so nett, kleiner zombie da unten kommt ja schon wieder der nächste kollege so bleibt einem auch nichts erspart hier in dem laden erstmal wieder jetzt schön eine lane hier aufbauen ja, ist schön hopp, noch eine sonne könnte ich hier noch einen hinsetzen hei, der witzker ja komm gib mir noch eine sonne ach nee, kommt schon so einer oh, das find ich gar nicht schön schafft das schafft das nicht lieber mal kein Risiko eingehen ach, schauze hier ist noch so einer ein knüschbar kall das ist noch eins ach, Geld Geld ist immer schön Geld ist immer schön dafür reichen die nochmal AYE I E 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 Th das war nicht nett, Freund das war ganz und gar nicht nett jetzt ist schon der erste Schwimmer hier naja ja schön ich fühle mich auch angefressen wieder verschwendung und mass hier noch zwei blauen knuschen tja, nix mit Knüschbereien heute. Geh kaputt. Ich konnte ihn nicht mehr sehen. Das hat die liebe Nuss nicht überlebt. Da werden sie in Ehren halten. Na gut, da geht es eh. Wir gedenken an die Nuss Nummer 1. Okay, Geld ist ohne. Kann man immer brauchen. Haben wir auch schon oft mal gesagt. Wollen wir hier noch ein bisschen? Mein Freund, soo nicht. Ach, jetzt kommt der Kamerad hier. Nix gibt es, mein Freund. So. Bibel, bibel. Ich sag das in Bibel. Das, äh, vorauszusehen. Ich muss da noch einen hinsetzen. Da muss hin. Oh, ne, muss. Oh, ne, muss. Oh, ne, muss. Lass, muss, 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 muss. Die, wof, wof, wof. Hier einen hin. Ich glaube, das kann man so lassen. Ach, ich setz hier noch eine Reihe hin. Obligatorisch. Da kann ja nie vorsichtig genug sein. Da kann ja immer was passieren. Wenn jetzt eine Welle kommt, dann kann ich meinen Freund da mit diesem Eisschrober da kommen. Ach, ich höre ihn schon. Ja. Ja. Muss, muss, da hin. Blättchen hin. Da kommt noch da was hin. Ja. Da so einer hin. Da kommt noch da einer hin. Ach, ich werde schon wieder so einen. Dann wollen wir da hinsetzen. Letzte Welle. Die hat aber noch gewartet. Oh, was macht ihr hier? Nix. Kuhspach, kuhspach. Oh, der ist hartnäckig. Oh, der ist hartnäckig. Oh, der ist hartnäckig. Aber, er ist kaputt. Oh, ho, 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 ho. Sehr schön. Spricht die Uhr. Zehn Minuten. Na, wollen wir noch eine Runde. Zunderholz. Erbsen, die hier hindurchfliegen, werden zu Feuerbällen. Ach, das freut mich doch. Kann ich euch. Ui. Nee, 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 Freunde. Fangen wir kurz in die Lage. Habe ich genug Geld? Ah, ja, ja, ja. Oh, 5000. Wir können uns neue. Haha. Jo. Den will ich haben. Sehr schön. Gut. Jetzt haben wir einen Speicherplatz mehr. Passt. So, den nehme ich jetzt mal nicht mit. Weil, wenn der da durch das Zunderholz fliegt, obwohl, na, na, wenn die dann wieder getroffen werden, werden sie wieder entfrostet. Also, bringt mir das herzlich wenig. So. So. Nuss. Dich nehmen wir noch mit. Und dich nehmen wir mit. Jo. Los geht's. Mal sehen, wie wir uns doch schlafen. Na, wo kommt der erste Kollege? Kollege, wo bist du? Wir kommen. Sonne, Sonne, Sonne. Oh, jetzt kommt da auch noch einer. Ja, ja, ja. Brains, Brains, Brains. Ich hab's begriffen. Jetzt kommt da oben noch einer. Natürlich. Na los. Geht mir noch. Oh, 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 oh. Juhu. Oh, hi, hi. Brains. Brains. So, bis jetzt. Setz ich da noch einen hin. Bin ich vorerst mal hier am Land, bin ich schon mal sicher. Jetzt muss natürlich der Kollege hier kommen. Auch sehr nett. Und hat der Herr. Ja, Knuspa, Knuspa hier. Knuspa, Knuspa da. Ist so alles wunderbar. Ich hab doch gar keine Wasserverteidigung hier aufgebaut. Das ist schlecht. Ich muss die ersten kommen. Die Wasserwolle, das ist nicht so gut. Also. Gleich mal Wasserverteidigung. Ja, da kommen nämlich schon die ersten Kameraden. Muss nicht sein. Nein, nein, nein. Setz wir da hin. Zünderholzbrot 175. Ich würde gerne mal den ersten setzen. Wolle. Eiei. Große Welle. Und nichts dahinter. Können wir doch. Nei, Kollege. Ich bin nur noch so einer, mit dem Hoidoi. Ich muss nur mal den lösen lassen, dann ist der sehr verbunden. So, jetzt nehme ich mal an, hier hinten mal die zu setzen. Da kommt noch eine Nuss hin. Ich könnte aber auch schon mal das hier machen, für extra Schaden. Rennet, Zombies. Rennet. Was kommt denn noch so einer, den Clown? Nein! Komm, die kaputt! Oh, du kaputt! Du Overbox! Mensch! Nix funktioniert so in dem Lade, wie ich das gerne hätte. Da machen wir doch gut. Hey, der Witz, gar eh! Das ist doch nicht zu fassen. Geht kaputt! Hopp! Ja, da ist doch noch Energie. Nix! Knuschpa, knuschpa! Nix! Ach, die letzte Welle. Na schön. Können wir auch nicht rein. Und hier. Nicht nicht alle hier. Das Zünderholz war nicht so. Merke ich gerade mal. So. So. Und eben so. Uh! Sehr schön. Schön, schön, schön. Hochwallnuss, massive Mauer, die nicht übersprungen werden können. Na. Was spricht die Uhr? 18 Minuten. Dann würde ich mal sagen, ich beende hier mal den Part. Ich bedanke mich für's Zusehen bei euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Standardspruch wieder. Einen schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, schönen Abend. Wenn ihr mal hier die Folge seht. Und sage. Adios.